Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch eurem Audio-Podcast für Film- und Serienkritiken und gute Laune, denke ich mal. Wir beginnen mit der Besprechung des Dokumentarfilms Fireball, der läuft aktuell bei Apple TV Plus. Wir haben da seit geraumer Zeit einen Zugang zu, das heißt wir werden jetzt auch vermehrt Inhalte von Apple TV Plus besprechen und in dem Fall waren es Christopher und Kati, die sich diese Doku für uns gegeben haben und darüber sprachen. Es folgt die Besprechung der aktuellen Serie auf Disney Plus namens Erde Annette und das ist glaube ich so eine Art Late Night mit einem Alien irgendwie. Die ist ganz cool gemacht, auf jeden Fall eben Fiktion und ich denke, dass es sehr unterhaltsam wurde. Sehr viel mehr Details kann ich jetzt leider nicht beitragen, da müsst ihr in dem Fall schon dem lieben Lasse und dem Sven dabei lauschen, wie sich glaube ich die ersten beiden Folgen davon besprechen. Es folgt zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Das neunte Opfer. Das neunte Opfer, ein Horrorfilm, erscheint bei Tiberius Film und wurde von Sven und Sam besprochen. Die beiden Jungs haben generell viel geilen Scheiß zuletzt gemacht und auch diese Besprechung ist es wert reinzuhören. Ihr merkt schon, das ist eine ganz bunte Mischung an Besprechungen, die wir hier am Start haben und ich wünsche euch dabei total viel Spaß. Bis dann, ciao. Ja, keine Angst, die ganze Besprechung ist nicht im Werner Herzog Stil, das würde die meisten wahrscheinlich auch irgendwie verschrecken. Ich bin Christopher, heute an meiner Seite Katharina. Hallo. Und wir besprechen, wie schon erwähnt, die Dokumentation Fireball, Visitors from Darker Worlds. Es ist eine neue Doku von Werner Herzog. Dieses Mal hat er sie in Co-Regie gemacht mit dem Vulkanologen Clive Oppenheimer, der übrigens nicht verwandt ist mit dem Atombomben-Doktor Oppenheimer. Ich habe es extra gegoogelt, ich war neugierig bei dem Namen. Sie dauert eine Stunde und 37 Minuten und ist ab dem 13. November auf Apple Plus TV zu sehen. Katharina, was erwartet uns hier? Ja, es ist eine Dokumentation über Meteoriden. Und also die wissenschaftlichen Aspekte, woraus man halt zur Weise mitreden, wie sie entstehen, woher sie kommen und was für Stoffe in Meteoriden sind und was für wissenschaftliche Fortschritte sie auch bringen. Aber auch die historischen und kulturellen Aspekte, wie sie Auswirkungen auf die Geschichte und auf verschiedene Kulturen hatten. Und halt auch natürlich, ich glaube das bekannteste Beispiel sind Dinosaurier, wie Dinosaurier durch Meteoriden ausgestorben sind. Also auch wie sie Auswirkungen auf die Kultur und auf das Leben heute haben. Und es werden halt verschiedene Wissenschaftler, Historiker, Menschen, die an der Kultur gehören, die halt irgendwie dadurch beeinflusst sind, interviewt und die verschiedene Aspekte beleuchtet. Ja, also jeder, der Interesse hat am Thema Meteoriten, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Denn hier wird das Thema wirklich rauf und runter gerattert, von allen Seiten beleuchtet und jedes erdenkliche Thema, das man irgendwie mit Meteoriten in Verbindung bringen kann, wird hier bearbeitet. Wir haben halt Werner Herzog dieses Mal auch nur wieder als Stimme aus dem Off. Er ist, glaube ich, nur einmal kurz zu sehen. Ansonsten folgen wir halt diesem Vulkanologen Clive Oppenheimer und der reist mit ihm durch die ganze Welt, spricht mit verschiedenen Menschen, die sich in der verschiedensten Art und Weise mit Meteoriten beschäftigen. Wir sind, zum einen beginnen wir halt mit dem religiösen Aspekt. Wir sind in einem muslimischen Land, wo halt da vor vielen Jahren etwas einschlug und das ist dort eine Gebetsstätte. Wir sind in Mexiko, wo man halt eine wunderschöne Landschaft sieht und wo halt ein Krater, Meteoritenkrater, ja mittlerweile auch halt dementsprechend mit Wasser gefüllt und zum See wurde. Und wir begeben uns an so viele verschiedene Orte. Es wird natürlich auch wieder furchtbar kalt. Wir sind in der Moment. Ich bin in Frankreich einmal, in Enzesheim. Da gibt es einen historischen Bezug zu den Habsburger mit der Meteoriten. Das wird erklärt. Das fand ich total interessant. Das waren einmal Lieblingsaspekte. Da habe ich auch nachher noch stundenlang herumgegoogelt und habe da Sachen gelesen, weil mich das so fasziniert hat. Ja, und natürlich, was nicht fehlen darf, was wahrscheinlich der bekannteste Einschlagsort oder Krater auf der ganzen Welt ist, ist der Wolf Creek Krater in Australien, der auch fantastische Bilder bietet. Überhaupt, also man erkennt hier sofort handwerklich die Versiertheit und die Erfahrenheit von Herzog als Dokumentarfilmemacher. Wenn er an einen schönen Drehort kommt, dann holt er alles raus. Also optisch hat er wirklich hier einiges aufzufahren. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Dokumentation schaut einfach wunderschön aus und überall, wo es was zu sehen gibt, gibt es wirklich was zu sehen, einfach weil die Bilder wunderschön sind. Allein wegen den Schauwerten ist die Dokumentation eine klare Empfehlung. Ja, wegen den Schauwerten und natürlich auch für jeden erdenklichen Meteoriten-Nerd. Aber nicht nur das. Ich finde da schon alles faszinierend, so Meteoriten und Wäldern und alles. Aber es sind so viele verschiedene Aspekte in dieser Dokumentation. Da ist einfach für jeden was dabei. Es gibt historische, kulturelle, alles. Das heißt, jeder findet sich da sicher ein Thema drin, das ihn irgendwie interessiert. Das stimmt. Es gab Momente, da fand ich das ein bisschen schwierig reinzufinden. Es gibt halt diese Stelle, da trifft dann halt Clive Oppenheimer auf ein paar andere Vulkanologen und die schauen sich dann irgendwie das Gestein an und reden darüber, woraus es halt besteht. Und du hast dann da halt drei Typen, die einen Nerdgasm haben wegen Meteoriten-Bestandteilen. Und als jemand, der sich nicht dafür so sehr interessiert, sitzt man dann da, ja, okay. Aber selbst da muss ich sagen, alle, also das ist auch ein Punkt, den ich total faszinierend finde, alle, die vor dieser Kamera stehen, finde ich total sympathisch. Man merkt denen allen an, was für eine Liebe die für ein Thema haben. Also was auch immer es ist, ob es die Wissenschaft ist oder was auch immer. Wie viel Spaß ihnen macht, sich mit dem was einander zu setzen und das anderen Leuten irgendwie näher zu bringen. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Also mich hat das nicht gestört, dass es irgendwie wissenschaftlich wurde oder so, weil das mit so einer Liebe oder einer Faszination vorgetragen wurde, dass ich einfach in Bann gezogen war. Einfach von wie schön, also wie viel Spaß die bei haben, das anderen Leuten irgendwie beizubringen oder darüber reden zu dürfen. Das stimmt. Es war, man hat wirklich hier Leute geholt, die Spaß an der Arbeit hatten und die es auch nicht so trocken formuliert haben. Also jeder von denen ist richtig in seiner Arbeit aufgegangen. Mich haben dann andere Aspekte mehr abgeholt. Zum Beispiel wurden dann eben auch Katastrophenfilme aus Hollywood dran gezogen. Und man zeigte zum Beispiel den Ausstieg aus Deep Impact, wenn dann halt der Einschlag folgt und du hast die Flutwelle. Und dann wird dann gezeigt, ja, wenn man so einen Meteoriten sprengen will, dann muss man da überhaupt keine Atombombereien jagen. Es reicht, wenn die Bombe eigentlich neben dem Meteoriten wäre und die Druckwelle würde ihn wegschleudern. Und das ist wohl Wissen, das unter Experten in diesem Bereich schon sehr lange bekannt ist. Da denkt man sich, ja, hätte die NASA in Armageddon das gewusst, hätten sie keine Ölbohrer da hochschicken müssen. Ja, bestimmt. Und auch so, also es wird auch immer so Geschichten eingesteuert von Meteoriten, also kleinen Meteoriten, die ständig irgendwie auf die Erde fallen. Und sie gehen dann auch in die Antarktis, glaube ich, und suchen dort Meteoriten. Und da sieht man erst mal, das kriegt man gar nicht mit, dass da ständig irgendwelche Gesteinsbrocken oder Eisenblocken auf die Erde fallen. Das weiß man ja nicht. Und da wird einem so richtig bewusst dadurch, dass es auch einfach Leute schon gibt, die in einem Haus von einem Meteoriten getroffen worden sind, weil einfach durch die Decke gekommen ist. Ja, ich frage mich, ob man auf der ganzen Welt eine Versicherung findet, die das abdeckt. Da gibt es tatsächlich ein Bild zu sehen von einer Frau, die hat eine Wunde an der Hüfte, weil sie wirklich von einem Meteoriten gestreift wurde. In ihrem Haus werden sie im Fernsehen geschaut, glaube ich, erst auf das Dach kommen. Das ist meine Geschichte, die erzählt man ewig. Und die Enkel werden sie auch erzählen. Und natürlich wird der religiöse Aspekt am Ende auch weiter ausgebaut. Wir gehen von dem Islam rüber auch zum Christentum. Denn es gibt auch ein Observatorium, das die Sterne und das Weltall beobachtet, mitten im Vatikan. Ja, genau. Da ist dann ein Pater, der irgendwie vorher studiert hat und dann dort Pater wurde und der sich dort mit Reden und Wellern so beschäftigt. Das fand ich total faszinierend auch. Der forscht halt im Vatikan. Das war ziemlich interessant. Ja, also vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr mit Vorurteilen beladen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es Leute im Vatikan gibt, die sich mit sowas beschäftigen. Ich habe gedacht, irgendwie den Himmel zu beobachten ist ketzerisch. Das sollen wir nicht tun. Ich auch nicht. Aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass dann doch irgendwie sich alle darauf einigen können. Ja, vor allen Dingen, dass da Wissenschaft praktiziert wird. Ja. Wissenschaft von egal welcher Art. Ja, stimmt. Das ist ja, wenn man sich den aktuellen Papst anguckt, okay, der ist ja angeblich ein bisschen offener, toleranter. Aber trotzdem, ich denke, unter Benedikt hat es das da auch schon gegeben. Und damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Stimmt, ja. Und wir kommen auch wieder, typisch Werner Herzog halt, zu wirklich extremen Orten. Es gibt ja dann mitten im Eis da so eine Station von Leuten, die das beobachten, die da auch unter härtesten Bedingungen leben und nicht gerade mit viel Nahrung ausgestattet werden. Da fühlte ich mich dann wieder leicht an seine Dschungeldokumentationen erinnert. Okay, die habe ich nicht gesehen, aber das war, du meinst ganz am Schluss, dann muss ich die mit Rüden suchen gehen? Ja, genau. Ja, aber das waren auch wieder wunderschöne Bilder und alles. Also da kann man absolut nichts sagen. Ja, da holt er wirklich alles raus. Und es schlägt auch einen sehr schönen Bogen. Wir sehen am Anfang den Tag der Toten in Mexiko, zu dem es dann später auch wieder hingeht. Ich habe nicht ganz verstanden, was dieser Mann da erklärt hat. Hast du das Begriff? Er hat irgendwie eine größere Geschichte erzählt über einen Meteoriteneinschlag und was das für deren Kultur bedeutet. Aber ich konnte ihm nicht ganz folgen. Meinst du den ganz am Schluss oder den, wo sie meinen, dass an diesem Meteoritenkrater alles Leben wiedergeboren wird? Ja, ich glaube den, genau den. Ja, ich glaube, das war die Kernaussage, dass sie halt glauben, dass an diesem Meteoriten, egal durch welche Naturkatastrophen oder wie auch immer die Menschheit oder das Leben ausstirbt, dass an diesem Krater wird das ganze Leben wiedergeboren. Gut, kann man glauben, wenn man möchte. Ist auf alle Fälle ein sehr schöner Ort, an dem man beten kann. Also da kommt man bestimmt immer gerne hin. Ja, es ist also insgesamt, es ist für Leute, die irgendeine Form von Interesse in dem Bereich haben, absolut empfehlenswert. Werner Herzog holt aus diesem Thema wirklich alles raus, was man da rausholen kann. Es hat auch wirklich schöne Bilder und es ist abwechslungsreich in der Art und Weise, was für Themen er betrifft. Ich meine, an einer Stelle interviewt er sogar einen Musiker, der Hobby-Meteorologe ist und sich hobbymäßig mit Meteoriten und Kometen und all dem beschäftigt. Ja, und dann halt aber irgendwie doch einen großen Beitrag zur Wissenschaft geleistet hat, weil er mit seiner Vergrößerungsart ganz neue Welten bestreitet. Ja, aber da gibt es halt, also da gibt es wirklich immer wieder Überraschungen, wo man sich denkt, oh, ich habe immer nur gedacht, das sind halt Himmelskörper, die sieht man und dann wird halt darüber sinniert oder halt erforscht, wird er auf die Erde zusteuern oder wird er vorbeifliegen. Aber dass dieses Thema eine derartige Komplexität annimmt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Gut, dann kommen wir wohl zur Punktevergabe. Du kannst geben 0 bis 5, ein Schlagskrater. Also wie gesagt, ich fand die sehr faszinierend, abwechslungsreich, modisch schöne Bilder. Ich gebe dir Doku 4,5 von 5, weil ich war echt begeistert. Oh, okay, das ist ordentlich. Ja, ich gebe ihr 3 von 5, weil es gab halt viele Stellen, die waren mir dann doch zu sehr detailfokussiert, halt zu wissenschaftlich und das Thema ist jetzt nicht gerade eins meiner Hauptinteressen. Deswegen habe ich da oft einfach ausgecheckt an manchen Stellen, aber trotzdem, ich habe eine Menge Spannendes erfahren, ich habe wunderschöne Orte gesehen und Werner Herzogs Art und Weise zu inszenieren und manchmal auch ins Geschehen einzugreifen, hat halt immer eine gewisse trockene Komik. Ich weiß nicht, ob er ihm das bewusst ist oder ob er das mit Absicht macht, aber das ist manchmal sehr amüsant. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Danke. Ich bedanke mich allen fürs Zuhören und watch the stars, people. Watch the stars. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen auch von uns beim Tele-Stammtisch. Zu euch sprechender Lasse und der Sven. Hallo. Und wir reden heute über eine Serie, die ab dem 13. November, also am Tag dieser Aufnahme, auf Disney Plus startet, eine Comedy-Show sozusagen, genannt Earth to Ned. Unter anderem mit Executive Produced von Brian Hanson. Es ist eine, ja, kannst du erklären, was genau das für eine Serie tatsächlich ist? Oh, also, Ned und sein Volk, also Außerirdische, wollen die Erde invasieren, sagt man zwar nicht, aber wollen die Erde für eine Invasion vorbereiten und verlieben sich aber in die Popkultur und entschließen sich stattdessen eine Talkshow draus zu machen und beamen sich immer Talkshow-Gäste rein oder sie sich runter, halt um die Gepflogenheiten und gewisse Sachen von den Menschen zu lernen, die sie richtig gut finden, wie zum Beispiel Sarkasmus. Was ist Sarkasmus? Wie macht man eine richtige Show? Das erklärt es eigentlich im Prinzip genau. Es ist dieses Alien, was die fixe Idee hat, ein Talkshow-Host zu sein. Und dann lernen wir durch die Augen eines Aliens eben diese verschiedenen Gepflogenheiten kennen von allen möglichen Themen. Wir haben die ersten beiden Episoden vorab zu sehen gekriegt. Das waren so knapp 22 Minuten pro Folge. Und pro Folge gibt es zwei Gäste. Und die Gäste aus der ersten Folge waren Andy Richter und Gillian Jacobs. Gillian Jacobs kennt man ja, denke ich, auch hierzu dann vor allem aus Community. Und dann in der zweiten Staffel hatten wir Kristen Schaal und Paul Scheer. Paul Scheer ist ein ziemlich bekannter Podcaster und Kristen Schaal, die liebe ich einfach als Voice-Actor aus Gravity Falls und all das. Und ja, genau, das waren halt die ersten paar Gäste, die wir so hatten. Und das sind jetzt nicht unbedingt die mega bekanntesten Namen weltweit, aber sind tief, tief Leute, deren Arbeit in Amerika so einiges bedeutet. Und ich bin nicht wirklich jetzt bei diesen riesen Erwartungen gegangen. Ich dachte mir einfach, oh, das klingt irgendwie spaßig, wie auch immer. Und genau das ist es. Ich fand einfach, das ist ein spaßiges Konzept. Allerdings, ich habe Panik, also ich habe wirklich Angst gehabt. Als ich dann so geguckt habe, dachte ich, oh, ich meine, sie haben leider auch die Muppets ja wirklich in den Sand gesetzt. Aber hier war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, nee, das ist geil. Da ist Witz dabei, da ist Scham dabei. Es sieht alles nicht so hochgezüchtet und supermodern aus, sondern es ist einfach, man hat seinen Host, man hat seinen Sidekick und man hat die Clues. Und die Clues bringen auch wieder, also ich meine, sie bringen alle einen gewissen Anteil von Anarchie wieder mit rein, das einfach bei den Muppets gefehlt hat. Die Clues machen nur Scheiß, machen alles kaputt, sehen total freaky aus, also sehen alle freaky aus. Man hat sich einfach, man hat sich einfach Mühe gegeben und das sieht man auch. Diese Serie wirkt irgendwie eine extrem frühe Entschuldigung für die neue Muppet-Show, könnte man fast schon sagen. Das hat wirklich dieses Feeling ab und zu von den alten Muppets, eben auch dadurch, ich habe schon Brian Hansen erwähnt, die Aliens sind alle per Puppenspiel zum Leben erweckt worden. Und eben Ned ist offensichtlich der Star, ich liebe das Design, es ist eine ziemlich große Puppe, er hat vier Arme, die sie auch richtig toll nutzen. Jeder Arm macht immer irgendwas anderes. Und richtig cool ist eben auch, dass es echte Voice-Actor sind für diese Charaktere und nicht einfach irgendwelche Promi-Stimmen, halt Paul Rugg, nicht Paul Rudd, sondern Paul Rugg, den kennt man vor allem als Freakazoid, er hat ganz, ganz viele Animationsserien. Er spricht Ned und Michael Osterum, von dem hatte ich bisher noch nie was gehört, aber er spricht Cornelius und ist so ein bisschen auch der heimliche Star durch seinen trockenen, unfreiwilligen Humor. Definitiv. Und man merkt halt, ja, wie gesagt, man merkt einfach, die haben sich Mühe gegeben. Die haben sich einfach Mühe gegeben. Es ist ein gut durchdachtes Konzept. Es funktioniert. Und ich finde auch die kleinen Schlagabtausch zwischen jetzt zum Beispiel Andy Richter und Cornelius, ich habe Tränen gelacht. Ja, ja, extrem. Auch so ein schöner, feiner Humor ist, der auch alle anspricht. Also meine Tochter, gut, ich meine, wir haben sie auf Englisch gesehen, meine Tochter war da gehockt, hat sich halt über die Glutz halt kaputt gelacht. Und ansonsten hat sie ja relativ wenig verstanden oder auch gar nichts. Aber sie war auch mehr begeistert. Also bei den Muppets hat sie gesagt, Papa, nee, das ist nix. Oh ja, ach Gott. Ja, es ist so traurig. Ich habe es mit denen noch gar nicht versucht. Ich werde mir vielleicht irgendwann mal selbst ein Bild machen, um zu schauen, ob das, ja, aber ich mache mir keine Hoffnung da. Ja, das hier ist halt, das Design allgemein des Sets ist toll. Es gibt noch so ein paar Nebenfiguren hier unter Auftrag und halt die künstliche Intelligenz des Schiffs und eben dann so dieser laufende Konflikt, dass die Vorgesetzten von seinem Planeten nicht wissen, was er da macht und nett tut so, als würde er die Invasion vorbereiten. Wo ich halt mir so ein bisschen, das Einzige, wo ich mir so ein bisschen drüber Sorgen mache, rückt das irgendwann mehr in den Vordergrund, dieser Overarching-Plot, weil dafür interessiere ich mich eigentlich nicht so richtig. Ich denke mal, das soll nur so allgemein als dieses Rahmen-Ding dienen, wo er dann halt irgendwelche dummen Ausreden findet dafür, warum er jetzt schon wieder den Planeten erobert hat. Ja, aber es ist halt fantastische Stimmen, fantastisches Puppenspiel. Die Gäste funktionieren sehr gut. Ich denke mal, dass es hier größtenteils wirklich oder so gut wie alles ist geskriptet und sie tun so, als wäre es so dies. Aber es fühlt sich sehr natürlich an, ist das Ding. Also es ist, und es ist eben auch so lustig wie, ich finde die Grundidee sehr gut in dem Sinne, ein Alien stellt Fragen über all diese Sachen und bestimmte Menschen erklären es dann. Und so lernt man eben auch ein bisschen etwas aus einer anderen Perspektive kennen halt und lernt dann halt auch, wie absurd manche Dinge sind und was genau ist Lachen, warum passiert Lachen, was ist Humor, bla bla bla, all dieses Zeug. Ich weiß nicht, insgesamt kann man da nicht so super viel drüber sagen. Jetzt gerade, weil jetzt die Serie ist ja jetzt vollständig online, also jedenfalls die erste Staffel. Und ich habe mir mal durchgeguckt, welche dann noch so alle, was dann noch so für Gäste kommt, die dritte Episode direkt ist eine Star Wars Folge, wo Baby 8 und Billy Dee Williams anscheinend auch mit dabei sind. Auch Eli Roth wird zu Gast sein und ich, was ich so ein bisschen Angst hatte ist, dass die sich vielleicht irgendwann totlaufen, halt wie lange kann man das irgendwie aufrechterhalten, aber wenn ich mir die zukünftigen Folgen so ansehe, ist das sind sehr, sehr diverse Themen. Alles mögliche halt, die Themen werden unter anderem noch Mode, Social Media, Haustiere, menschliche Kunst, Menschensport und so weiter und mit einigen bekannteren und einigen unbekannteren Namen. Aber ich denke mal halt, einige von diesen Leuten, die werden halt in Amerika sehr viel mehr Bekanntheitsgrade haben als hier. Aber ja, also ich denke mal tatsächlich jetzt, die erste Staffel wird jetzt zehn Folgen umfassen. Mal sehen, wie es danach aussieht. Ich werde auf jeden Fall gern weitergucken, weil mir gefällt das Konzept und ich habe wirklich teilweise, also fast Tränen gelacht, weil der Humor ist wirklich gut direkt in der ersten Folge, wenn Cornelius runtergebient wird zu den Comedy-Show-Autoren. Und das funktioniert wirklich gut und die blenden auch immer Namen ein, damit man dann weiß, okay, die schreiben für das und die sind die da und so weiter. Und einige davon kannte ich halt natürlich nicht, aber es kommt immer dann halt mit sowas. Ja, aber halt, ich mag Netzart, ich mag, wie er mit Cornelius interagiert, mir gefällt das Gimmick. Sehr viel mehr kann man dazu nicht sagen, es ist sehr hochwertig produziert, hat ein gutes Tempo, mir gefällt's. Ja, nee, es macht wirklich Spaß und dadurch, dass die Folgen ja auch kurz sind, wird man da nicht überrannt, sondern es ist immer, es gibt immer was zu sehen, immer was zu hören, auch so im Hintergrund, auch immer mal gern auf die Viecher im Hintergrund achten. Die machen nämlich zwischendrin auch ziemlich viel Schabernack und ja, also ich war, also ich bin immer noch begeistert und ich werde mir auf jeden Fall die anderen Folgen reinziehen. Die Frage ist bloß, ich weiß halt auch in dem Fall wieder nicht, ich hoffe, dass sie mit der Synchro sehr gewissenhaft umgehen. Ich weiß nicht genau, ob es überhaupt synchronisiert wird oder vielleicht nur mit Untertiteln, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das wäre mein eigenes Liebster. Da habe ich ihn nicht nachgesehen. Falls es eine deutsche Synchro gibt, dann werde ich mal reinschauen, einfach nur um zu gucken, was wir machen. Weil ab und zu machen sie das ja auch tatsächlich in bestimmten Fernsehformaten, dass sie es dann wirklich durchsynchronisieren sogar. Ja, aber wer weiß, genau, weil die von den Stimmen und so weiter und von dieser, wenn auch vielleicht dann gespielten Spontanität lebt das alles. Und mir gefielen die ersten vier Gäste wirklich sehr gut. Die haben halt wirklich was Schönes gemacht. Vor allem halt, ich mag es auch, wie sie ab und zu halt, bringen sie diese gewisse Ernsthaftigkeit auch mit rein, wenn der Running Gag, wenn er Gillian Jacobs zu Gast hat, fragt immer, How much money do you make? Und erst none of your business, aber dann irgendwann, dann fragt er halt nochmal, how much money do you make? Und dann sagt sie, ja, less than you. Und da dachte ich, ja, ja, okay, das ist, da ist definitiv, die bringen halt, die bringen halt so eine ernsthafte Kritik auch damit ein. Selbst sie, sie weiß eigentlich gar nichts über ihn, er ist ein Alien, aber halt, es steht hundertprozentig fest, ja, garantiert verdient er mehr Geld als sie. Ja, bestimmt. Naja, es ist ja aber auch so diese, ach, das ist aber ein schönes Raumschiff. Und dann so, nee, 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 das ist kein Raumschiff, das ist ein Kriegsschiff. Hm, okay, mit was könnt ihr unsere Erde alles zerstören? Und dann fängt hier Cornelius oft mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Und du siehst schon nebendran, du gehst, äh, 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 okay. Das sind auch so kleine Sachen, wo ich denke, das kann man alles schön mit reinbringen. Und das, auch wie sie sich aufhören, ja, also im Fernsehen sieht das Schiff ja viel größer aus. Ja, nee, da sind noch ein paar Decks zwischendrin. Und, und halt einfach so die Sachen, das hat einfach, es hat wirklich unheimlich Spaß gemacht. Also, ja, total. Ich bin bereistet. Also dadurch, ich meine, es ist eine, es ist eine Disney-Plus-Show. Man kann jetzt irgendwie nicht diesen, so ein mega bissigen Humor erwarten. Aber es ist halt schon, es ist definitiv für, äh, für verschiedene Altersgruppen, wo halt, ich meine, wir haben drüber gelacht und, äh, kleine Zuschauer werden sich da auch dran erfreuen können. Ja, das denke ich auch. Das hast du ja bewiesen. Ja, nee, es ist so, also, auch wenn die, die Gesprächspartner wahrscheinlich für, also für meine Tochter jetzt zum, als Beispiel genommen, relativ uninteressant sind, weil sie die meisten oder eigentlich alle nicht kennt, ist es halt ja wirklich so, der Hintergrund und auch die, 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 die Klots, die dann anfangen, hier einen eigenen Podcast statten zu wollen und auch ein bisschen rebellieren. Und das sind, das sind, das sind, ja, mit dem Mikrofon, hoffentlich fressen sie es, hoffentlich fressen sie es, hoffentlich fressen sie es, hoffentlich fressen sie es, das wäre so geil. Ja, das ist wirklich, die, ja, die Klots sind dann wirklich auch ein schönes Highlight. Und eben auch, wie sie halt kommentieren, so das, das Absurde von Talkshows, der Sinn von Talkshows, wie das abläuft und, äh, dass man dann halt, oh, wir brauchen diesen Podcast-Ableger, damit wir relevant bleiben und so halt. All dieses Zeug halt, wie das einfach dann so, so relativ schnell kommentiert wird und das, ja, das führt einem einfach halt vor Augen, wie absurd vieles ist, was hier, äh, auf der Erde zwischen den Menschen passiert und was Entertainment eigentlich ist. Ja. Gut, mehr kannst du jetzt wirklich nicht, nicht noch groß rausscherpeln mit den zwei Folgen, die wir gesehen haben. Absolut, absolut erstmal nicht. Ich, ich, ich kann nur sagen, äh, die, diese ersten zwei Folgen haben es geschafft, dass ich sehr gerne am Ball bleibe und, äh, schaue, wie es, naja, weiter geht. Weil ich bin jetzt nicht unbedingt interessiert an diesem, äh, Rahmenplot, aber halt, was die anderen Gäste sozusagen haben und wie er auf bestimmte Themen reagiert. Auf jeden Fall breit gefächert. Da kann man sich noch auf einiges freuen. Das denke ich auch, ich hoffe es auch. Ich will heute Abend auch direkt mal weiterschauen. Yes, yes, da freue ich mich auch schon. Also, Sachen, also Star Wars, da bin ich mal gespannt, was sie da draus gemacht haben. Absolut, hey, ich meine, wir haben jetzt direkt, wir haben jetzt hier noch acht Folgen von dieser schönen kleinen Serie vor uns und jetzt direkt hier auch am Freitag dem 13. ist die neue Mandalorian-Folge dann ja auch draußen, ne? Oh ja. Also, das heißt, äh, so einiges, äh, vielen Dank Disney Plus, das ist wirklich ganz schön großzügig. Naja, gut, sie haben einiges gut zu machen. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Aber ja, ich, ich hab keine Ahnung, wo genau jetzt diese Idee herkam, äh, wer gedacht hat, machen wir das. Es wirkt einfach so wie dieses kleine, äh, versponnene Nebenprojekt, aber es funktioniert und, äh, mehr muss es auch nicht. Ja, dann, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich hier groß die, die Punktevergabe für diese Art von Format geben können oder sollten. Uh, ist schwer, ist schwer. Ich weiß nicht, ich recke mal einfach, äh, vier von, äh, fünf Alien-Armen nach oben. Ja, bin ich absolut dabei. Das heißt, das passt auch zu Nett, denn er würde halt auch seiner, äh, seiner, seiner Show, äh, die volle Punktzahl geben. Definitiv. Guck, ich hab, über dieses sarkastische Lachen hab ich, da hab ich, da hab ich, ach Gott, ich hab gedacht, ich drehe durch. Sag ich, ich hab sarkastische Lachen beibringen wollen. Irgendwann macht's, nein, 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 das ist böse. Das ist so gut, auch der, 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 der Roaster-Toaster oder wie auch immer das Ding hieß. Ach Gott. Nee, also, ja, nach vielen Schmähungen hab ich auch wirklich sehr positive Worte für Disney+. Das ist ein Hammerding, wenn sie das so beibehalten, wird es auf jeden Fall was, was ich mir öfters angucken werde. Absolut, ja, ja, genau. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit, wo wir der Kinos verlustig geworden sind, da brauchen wir ein bisschen mehr Entertainment für zu Hause und sowas schafft dann doch ein kleines bisschen Abhilfe. Allerdings, ja. Na dann, ähm, hast du jetzt noch groß eine, dann eine Punktevergabe zu vergeben? Ja, ich hab mich, wie gesagt, ich hab mich bei vier auch angeschlossen. Ah, perfekt. Genau, vier, ihrigen Armen, was für nett die volle Punktzahl wäre, aber für uns ist es dann halt nur vier von fünf. Das heißt, wenn ein fünf, wenn irgendwo gibt's bestimmt ein fünfarmiges Alien und da, äh... Vielleicht der Vater. Vielleicht der Vater hat bestimmt mehr Arme. Ganz genau. Na dann, findet ihr selbst daraus, wie ihr die Serie fandet, uns hat sie gefallen. Ähm, bitte, 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 äh, hört doch weiter unsere Folgen, kommentiert und liked und teilt, das hilft uns sehr und wir haben einen tierischen Spaß dabei, euch zu unterhalten. Äh, vielleicht habt ihr auch eine eigene Meinung zu dieser besonderen Show, aber ansonsten hört einfach weiter schön den Tele-Stammtisch. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich sehr bei dir, Sven, dass du mich auf diese interlaktische Reise begleitet hast. Immer wieder gerne. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dozvidania, meine Freunde. Hallihallo. Freunde des gehobenen Filmgeschmackes, hier sind Sam. Hallo. Und Sven mit einer kochenden Borscht zu einer neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Das neunte Opfer. Klingt seriös, isst aber Tiberius. Ja, es geht weiter mit dem Irrsinn. Eine FSK 16, 90 spannende Minuten und eine Veröffentlichung am 19.11. digital. Der Film ist aus dem Jahre 2019 und ihr habt es erraten, ja, er hat sich in russischem Dialekt probiert. Ja, lieber Sam, erzähl uns, was gibt's Neues in St. Petersburg? Nicht viel, nicht viel. Also, im Prinzip kann ich die Inhaltsangabe auch von der CD vorlesen, weil das ist nämlich genau das, um was es geht in dem Film. Wir befinden uns im Jahr 1899 in St. Petersburg. Als ein Serienmöder sein Unwesen treibt und junge Frauen ermordet. Dabei hinterlässt er alte Geheimsymbole bei ihnen. Um dessen Ursprung auf die Spur zu kommen, sucht Kommissar Rostov Hilfe bei der mysteriösen Engländerin Olivia, die regelmäßig vor Publikum Verbindung zu Toten aufnimmt. Rostov möchte, dass Olivia ihm hilft, indem sie Kontakt mit den getöteten Frauen aufnimmt. Das klingt spannend. Ja. Ist er auch spannend? Das ist die gute Frage. Also, ich muss sagen, für einen Tiberius-Film ist er nicht schlecht. Es gibt natürlich bessere Filme, aber er erinnert halt stark an so Filme wie From Hell oder wie Doc. Und vorhin hatte ich noch einen dritten Film. Fällt mir jetzt nicht ein. Ah, hier. Wie ist der schlechter von England? Jack the Ripper. Jack the Ripper, genau. So in der Art. Na gut, hast du ja mit From Hell. Ja, richtig. Na egal. Und im Prinzip ist es genauso zu vergleichen. Es passieren Morde, wo halt, wie schon in der Einhaltsangabe vorgelesen, Symbole hinterlassen werden oder bestimmte Arten von Tötungen durchführt werden, die dann später auch in einem Buch auch so beschrieben sind. Ah, der Knochenjäger ist mir da noch eingefallen. Der ist ja auch ziemlich ähnlich, wo auch Morde passieren, wo in einem Buch vorgegeben sind. Mit Denzel Washington? Ja, 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 schon klar. Und Angelina Jolie. Aber wir reden ja hier von Tiberius. Ja, genau. Und Ned von. Ich wollte ja nur, dass die Zuhörer die Vergleiche verstehen, wo wir jetzt dann praktisch anfangen. Okay, gut. Ja. Hat dich der Film denn gefesselt? Warst du begeistert, Nägeln kauend, unter der Decke verkrochen, vor dem Fernseher gesessen? Sagen wir mal. Nee, so nicht. Sagen wir mal so, am Anfang dachte ich schon in der ersten Szene, Gott, was wird denn das wieder für ein Murks? Wenn die nämlich vor einer in Greenscreen animierten ägyptischen Pyramide oder so ein Eingang von so einem Pharao-Grab da stehen und dann auf einen Stein hauen und zerbrückelt wie Gips. Und da dachte ich mir schon, oh nee, das kann nichts werden. Und dann auch diese schauspielerische Leistung von diesem alten Herrn, der die Frau ja dann umbringen möchte, um das kleine Kind zurückzuholen. Und er liegt unter dieser Steinsäule und so, du musst das jetzt machen, damit unsere Tochter wieder zurückkommt. Und wir schon in diesem Moment ahnden, den sehen wir nochmal irgendwie. Also irgendwie habe ich schon voll geahnt, den sehen wir nochmal, der ist nicht tot. Ja, vor allen Dingen wird er vom Stein erschlagen und redet ganz normal. Und zwar nicht von einem kleinen Stein, sondern von einem riesen Felsbrock. Genau. Und da hat es schon angefangen, wo ich schon gedacht habe, boah, nee, nicht schon wieder Tiberius. Ja, also man muss wirklich sagen, die Anfangssequenz dachte ich noch, oh, das sieht aber wirklich scheiße aus. Das ist das billigste Greenscreen, was ich je, also in letzter Zeit überhaupt gesehen habe. Selbst mein Greenscreen in meinem Twitch-Stream, ich streame übrigens bei Twitch unter Sam Fischer 82. So, selbst der Greenscreen ist besser als das, was man da gesehen hat in dem Film. Man kann es wirklich auch, also selbst die alten Hammer-Dracula-Sachen, ja, wo sie ja gerne auch die Burg des Grafen als Gemälde darstellen oder als Milliatur, selbst das sieht besser aus. Also da hat es mich wirklich auch gegraust, also da habe ich Gänsehaut gekriegt und dachte, um Himmels Willen. Und was dann da drin passiert, ich habe noch gedacht, oh, es könnte ja auch sein, dass es so ein bisschen Richtung dann Indiana Jones geht und irgendwelche schlecht animierten Monster oder so, aber auch das wurde mir vergönnt. Ich hatte auch irgendwann die Hoffnung, dass dieses Buch zum Necronikon sich verwandelt und irgendwelche Monster rauskommen, ja. Das habe ich auch gehofft. Aber man muss sagen, was danach passiert, ist ganz okay. Aber in meinen Augen ein großes Problem, also es gibt mehrere große, es gibt größere Probleme, sagen wir es mal so. Ich finde, die Darstellung ist okay, aber der Ton ist ziemlich schlecht abgemischt. Die Dialoge sind viel zu laut, das Geschehen im Hintergrund ist viel zu leise und die Synchro ist auch nicht gut. Nein, die ist überhaupt nicht gut. Selbst die Szene auf diesem Marktplatz, wo dieser Kommissar sich hier verkleidet, um sich unters Volk zu mischen, um ein bisschen was auszuhorchen und der kleine Junge will einen Apfel klauen oder was? Oder nee, er bittet um Geld. Er bittet um Geld. Und das hat sich so, als hätte jemand in die Tonne gesprochen, hat sich das angehört. Ja, es ist auch in den Passagen, wo Englisch gesprochen wird, kommt auch Emotionen rüber. Hätten die das besser synchronisiert, wäre der vielleicht gar nicht so langweilig. Weil das Thema Serienkiller und St. Petersburg hier Ende des 19. Jahrhunderts, also für mich ist das, ich mag diese Szenerie und finde, da gibt es auch viel zu wenig wirklich Gutes. Aber das war halt auch nichts. Und die paar Frauenleichen, die sie da trappiert haben, reißen es dann irgendwie auch nicht raus. Und spannend ist er halt auch nicht. Ja, das ist wahr. Das ist so das, was ich dem Film halt ankreide. Er plätschert im Prinzip vor sich hin und es ist eher so hiernausschalten und mal laufen lassen. Mehr ist das nicht. Also es ist kein Film zu mitdenken. Nee, weil man weiß es sowieso schon, wer es ist. Also das, ohne jetzt zu spoilern, aber jeder, der mal ein paar Filme in diese Richtung gesehen hat, der weiß direkt am Anfang schon, wenn er es sich weiter antut und nicht ausschaltet, was da los ist. Auch die Schlüsse, die der Kommissar als zieht, fand ich irgendwie seltsam. Nur weil auf dem Ei dieses Teufelszeichen drauf ist und zufällig in der Wohnung oder in dem Haus von der Frau beziehungsweise dem Helfer von der Frau auch ein Zeichen hängt auf dem Poster, hat er gesagt, das muss dies sein. Also das war mir nicht schlüssig, irgendwie die Kombination. Aber man muss, ja? Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber man muss sagen, mit den Kulissen und so haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das sieht auch alles ganz gut aus. Auch so die Weizichten und St. Petersburg. Ach, die Kostüme waren auch schön, fand ich. Ja, also da ist jetzt nichts, wo man meckern könnte. Das fand ich alles stimmig und ich habe mir, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, auch mal zwei russische Filme angeguckt, weil ich nicht wusste, was ich gucken sollte. Und auch die waren wirklich gut. Also was heißt, die wussten, wie man was inszeniert. Das eine war Red Sniper und das andere war dieser T-34-Film. Ich glaube, Red Sniper ist definitiv ein russischer Film. Und ja, man hätte das ein bisschen anders da aufmachen können und so. Aber die Kriegssachen, auf die ich eigentlich scharf war, waren super gemacht und auch die Effekte waren gut. Und da war das Budget auch nicht immens hoch. Also die verstehen es schon, Sachen rauszuhauen, die nicht schlecht sind. Ja, es gibt solche und solche russischen Filme. Aber das ist auch in anderen Ländern so, natürlich. Natürlich, klar. Es gibt ja auch dieses Avengers-Pendant von den Russen, wo es gar nicht ging. Ja, nee, an so Sachen traue ich mich dann nicht. Da weiß ich genau, nee, da ziehe ich sofort einen Vergleich und dagegen wird ziemlich alles abstinken, glaube ich. Das ist, ja, sonst von den Darstellern und so, ja, wie gesagt, das war eine solide Leistung mit einer anderen Synchro und besserer Tonabmischung, hätte das sogar ein recht ansehnlicher Film werden können, finde ich. Ja, hast du recht. Im Prinzip fehlten eigentlich nur Kleinigkeiten, dass er besser werden könnte, der Film. Ja, aber das Problem ist, ich finde, das summiert sich und am Ende hockst du wirklich da und selbst bei der Kutsche, wo er die Kutsche versucht zu kapern, da kommt überhaupt nichts auf. Also ich war wirklich da gehockt und dachte, okay, ey Leute, das muss man dramatisch inszenieren mit dramatischer Musik, aber das haben sie einfach vergurkt. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich, Achtung, ich sage eigentlich, die FSK 16 nicht verstehe. Ja, ich verstehe es wegen den Leichen, okay, wären die Leichen aber nicht zu sehen, wäre das gar kein 16er Film, dann könnte man genauso ab 12, also im Prinzip passiert ja nichts in dem Film. Man sieht niemanden sterben, im Prinzip, man sieht nur die Leichen immer, oder? Ja, stimmt. Die eine sieht man ertrinken, aber die wird ja dann noch. Ja, aber ich wollte es eigentlich schon mit Indiana Jones vergleichen, von der FSK her, aber die sind ja auch teilweise ab 16. Ja, nee, also es ist, nee, es war nichts, aber diesmal waren nicht die Macher schuld, finde ich, da haben es andere vergeigt. Ja, bin ich deiner Meinung. Okay, hast du noch irgendwas? Ja, wollte ich dich jetzt gerade fragen. Nee, also ich habe jetzt nichts mehr, mir fällt jetzt auch nichts mehr wirklich ein. Es ist ein Film, ist das sehenswert? Ja, ich weiß nicht. Zum Kaufen würde ich jetzt, glaube ich, nicht empfehlen, wenn man vielleicht mal drüber stolpert oder so. Oder, sag mal, beim Durchzeppen im Fernsehen bleibt dran hängen, weil nichts anderes kommt. Und ja, aber kaufen, würde ich mir, glaube ich, nicht. Nee, oder dann würde ich mir tatsächlich vielleicht eher nochmal From Hell oder so angucken. From Hell ist definitiv der Besser. Ah, The Raven, The Raven mit John Cusick. Der kommt auch so in die Richtung, finde ich. Der ist sogar gut, also der hat mir wirklich gefallen. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, dann kommen wir doch zum Fazit. Was möchten Sie vergeben? Was vergeben wir? Wir vergeben Krähenfüße. Krähenfüße, okay, Krähenfüße. Ja, kommt meistens in so Seancen oder so vor. Okay. Oh, kennst du schon aus. Ja. Ich kenne schon. Voodoo. Nein. Ich bin aber jetzt immer freundlich zu dir. Ja, ja. Ich erinnere dich, wenn wieder Schwabe Witze machst und so. Krähenfüße. Okay, Krähenfüße, hau raus. Also, Meister Popper. Fairbide, ich würde ein Zwei geben. Zwei ist okay. Für eins ist er zu gut. Oh, hört sich das böse an. Für drei ist er zu schlecht. Also, ich bin bei zwei. Okay. Ich vergebe 1,75. Oh. Ja. Da fehlt eine Zehe bei der Krähen. Ja, nee. Das haben einige auch gemacht. Mach das jetzt auch. Nee, also für eine Zwei ist er mal zu schwach. Ja. Also, nee. Das ist einfach, weil das ist ein Film, da kannst du angucken, wirklich zum Einschlafen. Bewusst zum Einschlafen reinlegen. Guckst am Anfang ein bisschen. Also, und dann ist gut, aber empfehlen würde ich nicht, guckt euch die anderen, entweder vielleicht mal im Original angucken, das könnte vielleicht mal was sein, dass sich da mal was ändert. Ich weiß es aber nicht, aber ansonsten. Aber wenn es ein russischer Film ist, dann ist er wahrscheinlich russisch. Ja, da kannst du ja mit, da gibt es ja bestimmt englische Untertitel. Ja. Ich meine englische, englische Sprache, ich meine englische, also russisch kann ich nicht. Nee, ich auch nicht. Allt vorn. Okay, ja, es gibt bessere Alternativen, aber er ist jetzt keine absolute Gurke. Ja, das ist wahr. Ja. Gut. Ja, dann, wärst du es auch schon wieder? Ja. Würde ich sagen, oder? Gibt es noch was? Nein. Was der Schwabe raushaut? Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Okay, dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.